Ja, auch von meiner Seite, von unserer Seite herzlichen Dank, Herr Reichert, und ein ganz herzliches Willkommen Ihnen allen. Frau Boetius zuallererst, es ist hier in der Blendsituation ungefähr so dunkel wie da bei diesem flach gekloppten Teil. Also herzlich willkommen, Frau Boetius, lieber Herr Hoch, herzlich willkommen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist dieses Jahr aus Anlass des 200. Geburtstags der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität, nämlich mit ihrer Jahresversammlung zu Gast an der Universität. Herzlich willkommen, Frau Bürgermeisterin Klingmüller, lieber Ottmar Wiesler, verehrte Magnifizenzen und Präsidentinnen, frühere Kommunikatorpreisträgerinnen und Preisträger, alle Mitglieder der Jury sind da, Julika Griem, die Vorsitzende der Jury, liebe Frau Barner, lieber Herr Barner, Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Es freut mich sehr, und ich darf sagen, es freut uns sehr, dass Sie uns die Ehre geben zu dieser Preisverleihung in dieser, sagen wir, bemerkenswerten Location, in der der Stifterverband mit Herrn Barner an seiner Spitze und die DFG gemeinsam den Kommunikatorpreis 2018 verleihen werden. Genießen Sie den Abend. Genau, Sie haben es erwähnt, der Preis wird verliehen von der DFG gemeinsam mit dem Stifterverband. Und insofern freuen wir uns jetzt auch hier, den dazugehörigen Präsidenten hier oben begrüßen zu dürfen, Prof. Dr. Dr. Andreas Barner. Herzlich willkommen. Wir erweitern unsere Runde so Stück für Stück und fangen jetzt einmal im Dreiergespräch an. Herr Barner, ich habe es eben gesagt, seit 2000 wird dieser Kommunikatorpreis vergeben. Jetzt ist das schon eine Zeit lang her. Trotzdem gibt es ihn noch, und wir wollen auch am Anfang einmal zurückblicken. Warum wurde er ins Leben gerufen? Was ist das große Ziel? Was wollen Sie damit erreichen? Die Grundidee war klar. Wir wollten die Wissenschaftskommunikation. Wie kommt Wissenschaft zur Gesellschaft? Wie kommen Erkenntnisse zu dem normalen Menschen? Aber auch, wie kommen Erkenntnisse von einer Wissenschaft zur anderen? Wie kann man das in die Öffentlichkeit tragen? Das war uns ein Anliegen, das war wichtig. Und wenn Sie sich überlegen, dass der Stifterverband vor 100 Jahren knapp sich überlegt hat, nach dem Ersten Weltkrieg, Geldnot, Forschung muss unterstützt werden, dann war das das Thema. Dann in den 80er Jahren, 90er Jahren war das Thema, wie organisieren Sie Universitäten? Da hat der Stifterverband in dieser Richtung viel gemacht. Und ich glaube, zurzeit, auch dank eines amerikanischen Präsidenten wird das immer klarer, ist Wissenschaftskommunikation wahrscheinlich wichtiger denn je. Das ist ein gutes Stichwort. Damit reiche ich Ihnen direkt mal das zweite Mikrofon. In Zeiten, wo irgendwie Weltpolitik mit 150 Zeichen via Twitter gemacht wird, wo wir alle im Prinzip Wissenschaftler, Kommunikatoren, Veröffentlicher sein können. Wie wichtig ist da Wissenschaftskommunikation noch oder insbesondere? Und worauf muss man dann da auch achten? Also ich würde sagen, schon in einer besonderen Weise wichtig, ohne dass damit zugleich verbunden wäre, dass man über jedes Stöckchen springen müsste, dass einem irgendwelche zweifelhaften Intelligenzen so hinhalten. Aber schon besonders wichtig, denn der amerikanische Präsident ist ja nur gewissermaßen eine Ikone für gesellschaftliche und politische Bewegungen, will ich mal sagen, die man auf allen Kontinenten und die man auch in unserem Land, in unseren Nachbarländern beobachten kann. Also Bewegungen, die jedenfalls einhergehen mit populistischen Ressentiments gegenüber den Wissenschaften, wie auch gegenüber anderen gesellschaftlichen Instanzen. Der Journalismus gehört selbst dazu, das Gerichtswesen gehört dazu, viele andere Instanzen sind in derselben Weise unter Verdacht, elitäre Status Quo-Bewahrer zu sein. Und es gibt autokratische Wissenschaftsfeindschaft, die sich überall breitmacht in der Europäischen Union. Aber eben auch darüber hinaus denken Sie an Russland, an die Türkei. Wir haben heute lange über die chinesischen Verhältnisse gesprochen, die uns Sorgen machen müssen. Das ist eine Situation, in der Wissenschaftskommunikation ganz bestimmt nicht die Lösung aller Probleme ist, ist aber ein wichtiges Instrument. Der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen hat von der Deregulierung der Wahrheitsmärkte gesprochen in diesem Zusammenhang und er meint damit auch eine medientechnologisch erzeugte Deregulierung. Das sind die 150 Zeichen, die in solchen Social-Media-Kommunikationen drin sind. Damit kann die Wissenschaftskommunikation auf keinen Fall konkurrieren oder jedenfalls nach meiner festen Überzeugung nur zu ihrem Nachteil. Es geht auch nicht darum, einfach more of the same zu machen. Ich glaube, wir sind in einer Situation, wo wir sehr viel deutlicher als über die Fragen der Quantität der Wissenschaftskommunikation, über die Fragen ihrer Qualität nachdenken müssen. Und da würde ich sagen, dazu gehört nicht nur Ergebnisse zu kommunizieren, sondern auch die Grenzen des Wissens. Nicht nur Wissen, sondern auch Unwissen mitzukommunizieren. Den vorbehaltlichen Status alles wissenschaftlichen Wissens mitzukommunizieren, dass die Wissenschaft weiß, dass es andere nichtwissenschaftliche Wissensformen gibt, die für die Gesellschaft und für den Einzelnen nicht weniger wichtig sind als die wissenschaftlichen Wissensformen. Und dann, und da würde ich sagen, das haben wir nicht abgesprochen, Herr Barne, aber ich bin sicher, dass wir einer Meinung sind, in einer Welt, wo alle immer nur immer lauter reden, ist das noch lauter reden wollen, vermutlich nicht die erfolgreichste Kommunikationsstrategie. Der Wissenschaft täte eine gewisse Art von Zurückhaltung, will ich das mal nennen. Sozusagen Steigerung der Qualität der Wissenschaftskommunikation, aber nicht ihrer Lautstärke. Das ist schon ein wichtiger Grundsatz, würde ich sagen, jedenfalls aus meiner Perspektive. Ich denke, in einer Zeit, in der jede Woche eine wissenschaftliche Organisation, eine Universität oder ein Biologe des Departments sagt, sie hat gerade Krebs besiegt, und man dann, ja, man sieht Fortschritte, aber wir sind natürlich noch lange nicht da, da muss man sich nicht wundern, wenn dann genauso einem 15-Zeiler geglaubt wird, und ich glaube, da müssen wir sicherlich besser werden. In diesem Sinne, wir dürfen nicht in die gleiche Richtung gehen, indem wir, sei es aus den Unternehmen, sei es aus der Forschung, dass wir Dinge versprechen, die wir einfach nicht halten können. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ein Versprechen, was Sie definitiv halten, ist natürlich die Auslogung dieses Preises. Wir haben es ja eben erwähnt, er hat jetzt 18 Jahre auf dem Buckel, in Anführungszeichen, aber er ist trotzdem noch absolut zeitgemäß, weil Sie ja da auch regelmäßig überlegen, wie können wir das so gestalten, damit sich genau diese Entwicklung, die Sie gerade erwähnt haben, dort dann auch irgendwie wiederfinden oder denen zumindest Rechnung getragen wird. Gut, der Preis wird sich verändern. Was unveränderlich ist, ist, glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass er unabhängig ausgewählt wird. Deswegen bin ich sehr froh, dass Frau Judika Griem sich um die Jury kümmert, dass eine Jury alleine unabhängig von Stifterverbanden und jeglichen anderen Interessen den Preisträger oder den Preisträger auswählt. Es bleibt auch gleich, dass er vernünftig dotiert ist und deswegen auch wirklich als wichtigster Wissenschaftspreis bleibt. Aber er wird sich ändern müssen. Er wird immer wieder schauen müssen, was sind dann die relevanten Themen. Ist das? Und ich denke, dass die Frage der Qualität der Kommunikation ist etwas, was wir sicherlich auch vom Preis her zunehmend ins Zentrum stellen müssen. Dann würde ich doch sagen, Sie haben sie eben schon erwähnt, erweitern wir unsere Runde um eine Dame. Und da bitten wir Sie jetzt noch mal um einen ganz herzlichen Applaus für Frau Prof. Dr. Julika Griem. Kommen Sie noch mal ein Stück nach vorne. Sie ist die neue Vorsitzende dieser Jury. Erst mal herzlichen Glückwunsch zu diesem Amt. Ich überreiche Ihnen schon mal als Willkommensgeschenk Ihr Mikrofon. Wir haben es eben gehört, viele Herausforderungen. Wie spüren Sie oder wie haben Sie diese Juryarbeit jetzt als Premiere, als Vorsitzende in diesem Jahr erlebt? Da sitzt ein Haufen äußerst sachkundiger und vielfältig erfahrener Leute zusammen. Unsere erste Sitzung war amüsant, nahezu freundschaftlich und von wirklich ganz unterschiedlichen Expertisen in ganz unterschiedlichen Medien und Orten des Mediensystems getragen. Und deswegen war es ein schieres Vergnügen, diese Diskussion zu führen. Dem entnehme ich natürlich auch ein Lob für Ihre Kolleginnen und Kollegen. Insofern der Vorschlag. Wir blenden Sie jetzt einmal kurz ein und dann dürfen Sie noch mal ganz warm applaudieren für unsere Jury. Aber Frau Grimm, wir wissen, dass das, was dort passiert, auch Arbeit ist, harte Arbeit. Es sind unglaublich verschiedene, viele verschiedene Themen. Es geht sehr, sehr tief ins Detail natürlich. Dieses, was ich gerne so als derjenige, der oft auf der anderen Seite der Kamera steht, von Ihnen hätte, nämlich eine ganz kurze, knappe Antwort, wenn es geht, noch mit einem schönen Bild. Das war jetzt nicht unbedingt Ihr Credo bei den Jury-Sitzungen. Also Sie wollen mich jetzt fragen, in anderen Worten, ob es ein Kochrezept für gute Wissenschaftskommunikation gibt. Gibt es das? Sie haben in Ihrem Entree eine Vorlage geliefert, sicherlich nicht reif und bekloppt, sondern, wie Sie heute Abend sehen werden, zum Beispiel weiblich und gewitzt. Das ist aber natürlich nicht der einzige Königsweg. Danke. Jenseits des Amüsements. Mir ist es besonders wichtig hervorzuheben, dass diese Jury jedes Mal neu definieren muss, was denn die gelingenden Formen und Formate sind. Es geht ja hier nicht nur um Inhalte. Und persönlich glaube ich, dass der Weg auf keinen Fall immer nur zu mehr Vereinfachung, mehr Popularisierung, ich würde sogar sagen, mehr Infantilisierung führt. Warum versucht man nicht mal, ein Publikum zärtlich zu überfordern, ein Publikum zu überraschen, einem Publikum zu denken zu geben? Und da muss man sich ja natürlich auch klar machen, dass es die Gesellschaft da draußen nicht gibt. Es gibt auch nicht die Medien, die man entweder gegen sich hat oder für die man ist. Also es geht eigentlich eher darum, dass man für ganz bestimmte Aufgaben, und das sind sehr vielfältige Aufgaben, möglichst überraschende, charmante, überzeugende und sachkundige Lösungen findet. Das heißt, Sie würden da jetzt auch direkt sagen, Sie haben das ja mit dem Rezept angesprochen, es ist nicht zwangsweise dann der Weg über Social Media, über audiovisuelle Kommunikation, über Verknappung, sondern es ist tatsächlich eine detailgenaue Betrachtung und dann muss entschieden werden. Naja, auch auf Social Media kann man ja dieses und jenes machen. Man kann zum Beispiel Bilder und Texte sehr raffiniert kombinieren. Man kann intelligent twittern. Ja, deswegen ist es wichtig, dass diese Jury weiterhin gemischt ist. Auch 50- bis 70-jährige Leute können sich für Digitales interessieren. Aber es ist natürlich zunehmend wichtig, dass wir hier Mitglieder haben, die ganz unterschiedliche Formen der Kommunikation kennen, beherrschen und beurteilen können. Vielleicht gehen wir noch mal gemeinsam ein Stück vor an den Tisch, dann stehen wir mehr in dem blendenden Licht, aber werden besser gesehen. Was glauben Sie, wie wird sich die Arbeit der Jury in den nächsten Jahren verändern, aufgrund genau der Punkte, die eben schon erwähnt wurden? Das wird sicher nicht einfacher werden. Also, Herr Strohschneider hat das angedeutet. Ich denke, dass diese bedrückende Situation, in der Wissenschaft unter Verdacht steht, zu schwierig, zu weltfremd, nicht relevant und nicht nah genug an der Gesellschaft zu sein, die wird anhalten. Diese Bedingungen werden sich eher verschärfen. Ein Grund mehr, noch härter, in solchen Juries daran zu arbeiten, dass man dem etwas entgegensetzt. Wunderbar. Ich finde, auch das ist ein Applaus wert. Vielen Dank, meine Herren. Vielen Dank. Frau Grieh. Vielen Dank.